Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2 Ja, das war sein Hebatgen Disportar ist was? Niemand Ich hab's gerade aktiviert Was? Dies ist gewiss das Erzeugnis eines kranken Geistes Ist das jetzt nicht so, dass wir ihn wissen? Das haben wir schon gehabt Waaaat Das ist grau Wir sind einfach bei der vorletzten Lore Jetzt können wir noch einmal verkaufen oder was? Geheime Zuflucht Das riecht mich gerade Lore Lore Und die eine Stotte in Luxor Ich weiß auch nicht wie sie heißt Auf jeden Fall ist sie weiß mit Riesen Gesetzt Es ist einfach keiner 3 Philipp die Galaxi Map Ha Ja 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 Es ist 10 Minuten später zu checken Er macht nichts Er hat einfach den Johnny wieder mit Und dann kriegst du gar einen Mail-Buff Was mir gerne den Geist der was 30% mehr Maximum gibt oder der was Das ist 20% von unseren Schaden verbessert Ich meine, dass wir weniger missen Boah, beide saugut Aber ich weiß nicht, dass ihr nicht auf dem was du spülen willst Jetzt wenn du es gemütlich haben willst, eigentlich nicht mehr leben Ja Obwohl wenn sogar jeder da ein Damage kriegt, sogar die ist seltener Weil eigentlich zur Zeit brauchen wir eigentlich nicht mehr leben Ich habe nur die Map aus dem Tor Ich habe nur die Map aus dem Tor Ich habe nicht zu sehen, wie es das alles idet ... Wie ist das? Ich habe nicht zu sehen hier Das ist aber was schreien. Ah, die Boge sind echt broken. Jetzt kriegen Morian Sun und sind damage. Yo! Oh, ich bin mitten im Kreis. Alter. Holy. 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 Ich hab alle die in der Regel. Ich hab alle die Manna in die Mitte. Oh, das ist gut. Ich hab alle die Manna in die Mitte. Ich hab alle meine Manna in die Mitte. Jambon Das klappt, das war einfach ein guter Gegenstand Hat er anbringen mögliche an gesaugte Gegenstände? Oh ja, das gibt's früher Das gibt's auch früher Ich kann nicht noch mehr tragen Ich habe Wark in Tribes of Midgard Echt? Ich habe ein Schwert ausgerüstet, aber es zeigt mir die Spitzhacke an Wahrscheinlich 18 Verteidigung? Ja Jetzt sind wir wieder da Das ist die Frage, ob es oben hinten weiter gegangen wäre Oder oben Mal schauen Mal schauen, ob es da weiter geht Ich habe einen Horden Ich habe einen Horden Ich habe einen Horden Ich habe einen Horden Ah, naja Let's get out, we move out of here Ufff. Yo, Lord. Ich bin überladen. 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 Ich habe jetzt einen Skill mehr. Obwohl ich den Skill noch gar nicht habe. Jetzt ist die Frage, ob das Worth ist. Es macht weniger Damage. Aber es macht jetzt nicht so viel weniger Damage. Ich mache jetzt nicht 21 bis 56. Ich mache jetzt 17 bis 44. Dann füllen wir noch einen Heal. Dann nehmen wir das einmal. Ich bin überladen. Aber ich weiß nicht, was ich da jetzt weghaue. So viel gute Sachen. Ich bin überladen. Du meinst es besser wenn ich mit zum Teleporter gehe? Ja. Vergiss immer wo der Teleporter ist. Da oben. Ja. Ich meine unten ist alles fertig oder was? Du warst nicht mit vorne. Ja. Ja. Wenn du da. Ja. 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 Das schaut so verwirrend aus teilweise, weil es auch unlogisch ist, dass das funktioniert, was da designt worden ist, also du meinst, das ist logisch, wenn es genau oben drüber ist und wie unten durchgegangen sind. Ja, das ist deutsch. Ich bin morgen nicht weiter. Also... Ich stehe jetzt noch einen Option, oder? Das ist ein Wurf. Ja, gut. Ich habe keinen Kopf. Hey, du hast einen 30k aus dem Kopf, ich habe gerade was einen 15k gekauft. Das hat auf jeden Fall mehr Verteidigung. Ja, besser ist er. Ja, der ist böse und meiner. Danke. Ach so. Wie soll meine MPC und Stekern Herm kommen Sie? Was ist das auch Herm, sagst du? Der Reif ist ein Herm, ja. Aber oben habe ich mir jetzt gerade einen Herm gekauft und 15k. Ich fahre... Ich fahre dir noch einen. Nein, er hat 33. Nein, er hat 35. Echt? Ja, der andere passt nicht. Er hat nur bloß 13% verbesserte DTF. Ja, ich habe nur Energie. Dann war meins eigentlich fast besser. Mhm. Perfekt, ja. Aber ich glaube, da gibt es nicht wirklich was besseres zu drinnen, oder? Ja. Oder meins kriege ich da irgendwas cooles außer. Ja. 200k an Kettenpanzer. Glaubst du der besser? Hm. Nein, er hat schon ziemlich 1984 DTF. Meins hat 65. Okay. Das kann man noch proben. Ist ja zwar 30k der Beste. Was sind das? Kaufmann. Patsch. 73. Nice. Aber... Ich finde da meine Resistenzen besser. Ich glaube, da finde ich meine Resistenzen besser, witzigerweise. Aber mein NPC kann den brauchen. NPC kriegt den. Danke. Tja. Jetzt habe ich eigentlich nicht mehr Geld mehr. 8k habe ich noch. Ungefähr. 10k habe ich noch. Du meinst wieder in die Mitte Porten, gell? Ja. Da war meinst du da? Da oben war eigentlich gar nichts. Da unten war gar nichts. Jetzt gehen wir nach rechts, oder was? Ja. Ich hoffe, du war nichts. Ich glaube schon. Ich finde es nice, dass meine Fähigkeit jetzt einfach besser geworden ist wegen dem Zepter. Ich merke, dass ich weniger Damage mache. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob ich da oben mache. Ich verstehe. Ich verstehe. Er muss nicht auf den Weg. Hm, es sind da oben. Die ganze Waffe. Ist das auf 7k? Oder das? Wie ist das? Sie müssen jetzt schon gut werden, oder? Ja, nicht mehr dann. Ich sehe so viel besser. Hm. Ich bin ja auch immer wegen meinem Kälte-Ting zu fallen. Und du hast Gift anscheinend. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Du hast es ja gefunden. Lass die Monster. Ja. Ach, der Geist eigentlich irgendwas auszudrug und dumm schwirren? Ich kann nicht noch mehr tragen. Alles klar. Jetzt noch mal Labrug zur Sicherheit. Das lustige ist irgendwie, dass sie die unteren Skills steht, benötigt Stufe 8. Ja gell, man ist Level 20 auch gar nicht benutzt. Ja warum nicht? Muss ich die vorherigen Trees auch noch haben wahrscheinlich? Ja, ich habe aber die vorherigen Trees. Hast du erinnert? Ruf dir nach dem hermachischen Haar, wenn wir Sprachung rumüllen und gegen den Schaden zu fügt. Klingt geil. Oder ich brauche von rechts und links. Ah, ich glaube ich brauche von rechts und links. Okay. Es sind zwar beide zu dem Zubi. Lord, ich habe da einfach... Da könnte ich zum Beispiel Feuerklau nehmen oder einen Hungerskill. Ich habe da noch ein paar Sachen. Ich habe die meisten Fähigkeiten, würde ich da aber gar nicht nehmen. Hm. Ich hätte da gerne. Dann muss ich zuerst einen Heiligen Blitz noch einmal upgraden. Hm. Ich unbedingt brauche die Feuerklauen nicht und den Hungers auch nicht. Aber mit Level 3 ist das ziemlich nice. Ich greife meine Gänge in der Nähe an. Oder wenn nur eine Gänge ist, dann eine Gänge mehrmals. Wahrscheinlich. Best Lock. Töte den Geisterbeschwörer. Ip Ip. Schauen wir mal da. Das ist weg. Ich habe das wegen meiner Waffen. Also wegen meiner Waffen, ja. Das braucht das ganze Mana. Ach so, warum geht das jetzt nicht? Ja, das ist wieder der da, ja. Ich weiß ja, wie schnell er geht. Ach, der will full damage. Das ist mir vorbei. osphor Ja, offenbar. Ja, hier. Das sei und glaube, das ist wirklich gekling. Ich scheere, was ich machen kann. Das sei. Ik line освord. Ich bin überladen. Ach so. Hm, hm. Junge was für Frage ist ja nicht zu Gotta. Ja! Ja, das kann ich machen. Hä? Hast du einen Doppel oder was? Ja. Das macht Damage. Aber jetzt auch nicht so viel Damage. Lordi, wie ziemlich ist das? Aber es bringt halt auch nicht so viel aus, dass das Mana die ganze DS. Was ist das? Das ist der Liebesweg ein oder? Nein, ist das nicht? Das ist weg. Der Smoktorch. In meiner 5. Jedenkamp für den Attack ist es ganz nice, aber... Es kostet nicht zu verbrauchen, aber... Wahrscheinlich. Oh, der ist so weiter auf ihn hin. Weil das Gute ist... Der Skill verbraucht so schnell Mana, dass er Mana tragen mit uns 2x Full Heal. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Du bist wieder Full. 2x Mana tragen für den Skill. Na, der Mana tragen mit uns 2x Full Heal. Das ist der Mana. Weil mein Mana so schnell verbraucht. Ach so. Ich habe mich noch mehr Zeit. Ich habe mich noch mehr Zeit genommen. Schmerz nicht. Aber vielleicht ist es besser. Ah, 6x oder 24. Es hat alle widerstehenden nur 10. Es hat alle widerstehenden nur 10. Es hat alle widerstehenden nur 10 und 10 Mana. 10 Mana ist schon nicht so wenig Nein, aber bitte Was ist denn der erste Mal mit einem Knopf? 10 Mana ist schon nicht wenig, aber Es ist besser Ich weiß noch nicht, da ist der Boss Wir sind mit dem Boss vorbei gelaufen Und sag ich ja, man kann fast keine anderen Fähigkeiten benutzen, weil Dann hast du erstens keine Mana und zweitens die ganze Zeit Brauchst du eigentlich den Heal Ja, wenn man zu viel Skies hat, dann muss man so Durst Ja Und die F-Dust benutzt ist jetzt auch das Coolste Das ist er Der Geisterbeschwörer Oh, der macht Damage Ich bin hin, gell? Boah, ey da Und weg ist er Ruhe in Frieden Gequälte Sie Ist da ein Schwert 5 bis 15 Und jetzt damit Ich kann dich noch mehr tragen Identifizieren 5 bis 19 Wow Plus 8 Das ist auch schlecht, ja Ziemlich leid Das Schwert ist ziemlich nice Ist halt zweihändig Na, ist doch nicht so gut Plus 1 zum Minimum schauen 1 zum Minimum schauen Das kommt schon besser vor Ne Ok Ja Ich muss einschauen oder was Ich schluchte Magier Quest abgeschlossen Nein, Quest kehrt zur Stadt zurück Wegpunkt Wollen wir hier überhaupt die Zuflucht nach oben machen? Ich weiß Da wollen wir gerade warten Der Glaube ist stärker als jede Rüstung Der Schild schützt den Körper Aber der Glaube stellt das Herz des Tapferen Wegschau Ich empfinde kein Mitleid für diesen Möchtegern-Beschwörer Seine übermäßige Sehnsucht nach Dämonenmacht war sein Untergang Ihr habt das Unvermeidliche lediglich beschleunigt Der War Kannst du mich Anzuwoten So, wie warst du? Was denn? Du bist ein Testjet oder ein Testjet? Oh ey Oh ey Hm Hm Boah, das ist echt kein einfaches Hm Ich werde fast das Kristallschüt nehmen, muss ich sagen Pass auf, das kann meistens nicht reparieren Hallo? Ich kenne das ist Darksirps Ja Das ist für Pharma-Kamik Es gibt nichts, dass wir mit dem richtigen Elixier Obwohl die Death waren mit dem anderen Vier war Ja Geisterbeschwörer ist weg Seid gesegnet Nice Ich empfinde kein Mitleid für diesen Möchtegern-Beschwörer Gebt einen Daumen nach oben Und bis zum nächsten Mal Servus